Ja, und da suchen wir diesmal sportliche Leute. Wir haben nämlich einen echten Husky. Ein ganz hübscher Kerl und guck mal, der hat ein blaues und ein braunes Auge. Der ist circa zwei Jahre alt, ist wirklich sportlich unterwegs, ist in einem ganz schlechten Zustand hergekommen. Mittlerweile wurde er jetzt schon aufgepäppelt, ist ganz flauschig. Und hier suchen wir Kenner der Rasse, also Leute, die ihn auslasten, die sich mit ihm kümmern, die sich viel bewegen und die ihn natürlich auch noch ein bisschen erziehen. Und dann kriegt man einen echten Traumhund. Also ein echter Husky sucht eine neue Familie.